schmeiß es an die wand es hat es verdient mein altes cat 61 baustellenhandy das hat einen flug an die heizung bekommen mit 380 km h es ist eigentlich ein sehr robustes handy das hat es aber nicht ausgehalten überhaupt nicht ärgerlich mit der sniper läuft auch irgendwie extrem langsam ja das stimmt jetzt könntest du gleich erstmal hören willst du nicht wo schießt er denn hin das habe ich nicht kapiere ich irgendwie nicht droppt die munition auf 20 meter so stark dass du dass ich immer nur ins metall schieße eigentlich nicht deswegen habe ich den vorhin auch nicht getroffen sag mal ich bin halt kaum runtergefallen das war fast nur ein sprung und direkt ja irgendwie habe ich dieses kopf noch nicht begriffen das ist ein ganz normales rotpunkt ja ich war noch mal auf seinem kopf ja ich weiß nicht bei mir sah es immer so aus als würde es in irgendwas einschlagen im metall oder so schritte hinter uns da ist schon einer drin oh alter ich möchte auch mal so granaten werfen aber leck mich doch am arsch wieso sind die gleich explodiert das gibt es doch nicht warte beweg deinen fetten arsch du idiot das ist er hängt wie eine drecks henne auf dem ein dieser fall teilen tut er sich auch erst musste auch betteln oder zehnmal und drei tage die sind auf dem dach oder doch zwei ich glaube die sind auf dem dach nein glaubt er ist schwerstbehindert ich könnte den gerade in die fresse hauen ja eben waren sie noch unten in der schlafzimmer habe ich schon mal aber der ist auf dem dach der andere liegt auf dem boden hast du den hund gekillt genau da habe ich die der andere ist hier noch über uns auf dem dach fliege in die luft du idiot da ist klar wenn ich den nicht geholt habe kommt wieder wenn ich den nicht geholt habe kommt wieder bin ich jetzt voll ins tod oder das knickbruch total ich bin unten kannst mich retten sehr gut guter mann da ist erstmal glaube ich mit sich selbst beschäftigt ich könnte diese entwickler in die fresse hauen der hockt erst mal dort zehn sekunden ehe er seinen fetten arsch bewegt ist das doch voll bekloppt damit du ja die nächste in die fresse kriegst das ist richtig dumm aber sowas das kann nicht leiden ey ich kann mir gut vorstellen dass die sich auch das ganz große paket geholt haben um gleich dick und fett snipen zu können was liegt denn hier schönes rum müdigkeit macht sich schon bemerkbar bei mir ey hör mir doch auf ey jetzt war ich auch drauf und er fällt dort um ohne sinn hast du noch messer das eine sache der wird jetzt erstmal bei den bots hier durch vorsicht was denn genau da macht man deine markierung wieder weg wo ist der kleine scheißer hin ich geh mal vor bist du gelaufen er hat sich kurz wieder geblickt wo war er äh da er rennt jetzt rechts rum ok bin da so ein assi skeff aller hat mich hier abgehalten ja ich krieg wieder diese scheiß skeffs aller mal halb mal jungen und ich lege im dreck alter da war noch einer hinter der mauer ja da kommt er will mich looten knall ihn ab ich komm zurück ich komm zurück oh nee letztes spiel ich hab die schnauze voll weißt du ich bin auf meg da schießt so ein fotzen skeff auf mich alter er kriegt schon wieder schlechte laune hier ich camp den loot ab von dir von dir ok erregt mich termasen auf diese scheiße warum schießt der idiot nicht auf den ey das gibt's doch nicht wartet das dumme schwein bis ich da bin aber ich könnte so kotzen jetzt hier ey heute freitag war echt ein scheiß zockertag jetzt kommt der noch zum arschloch angerammelt jetzt wo du mal so einen vollidioten brauchst um seine scheiß waffen zu kriegen oh oh der ist gehechelt alter halt doch nur deine dämliche fresse was ist denn hier los so ich hab ja ausgeblendet könnte ich mich heute maßlos nur aufregen irgendwie total maßlos könnte ich mich hier über jede scheiße aufregen warte der hatte den schon wieder aufgehoben ach so die sind schon tot aber geh nach oben und hol hol eben dein stuff wieso meiner liegt auch hier unten der will jetzt schon wieder kommen dann wo ist meine sniper hin gottverdammte scheiße die liegt wahrscheinlich bei ihnen drin ich geh da eben wieder hoch und ich hol die mp7 da jetzt weg die soll er auf jeden fall nicht bekommen das kann er nehmen ey wo ist meine drecksniper ich raste gleich komplett aus hier die wird bei ihnen drin sein ja wo denn die waren doch ja zu zweit hier lagen noch zwei ja da musst du ein bisschen hin und her laufen ach hier liegen zwei Särke auf einem Haufen ah guck mal da vorzack hat meine Waffen genommen tatsache gibt es doch gar nicht wie schlimm an der ganzen Sache ist ich habe jetzt erst einmal nicht krasses Zeug mitgenommen oh da kommt er Tatsache Tatsache hat ein Hit ja ich sehe es hey er h das macht wenn dass es sch das an Der spielt am Automat. Mhm. Endlich hab ich auch mal einen gekillt. Was? Also die Rechnung ohne, den wird von oben gemacht. So. Digger, das ist wieder gute Runde. Ach leck mich, das ist eine Scheißrunde. Ich lieg nur am Dreck, aber dank dir werde ich jedes Mal wieder aufgehoben. Ich bin unzufrieden. Was ist das für ein Helm? Dreier. Nehme ich den noch mit, das ist besser. Hier liegt noch eine P90, wenn du möchtest. Nö, hab ich schon genug von. P90 bin ich nicht so der Fan von. Okay. Okay. Oh, danke. Oh, es sind zwei. Ey, wieso läuft der nicht? Wer läuft da? Ist das ein Pflegtisch hin, du Assi? Hier. Oh, ich könnte diesen Charakter löschen, Alter. Instant. Er reagiert einfach nicht. Jetzt stehe auf. Warst du alle breiter? Nee. Eben nicht. Ich gehe mal wieder vor, ihr könnt mir da wieder in den Rücken schießen, ihr Vollidioten. Oh, scheiße. Ich habe nur noch 18 Schuss. Ich wollte gerade die PS Munition aufheben. Einen habe ich. Ja. Die andere kämpft wahrscheinlich hier mich ab. Ja, auch nicht mehr Schuss. Achso, ich kann nachladen. 40. PRS. Was ist denn? Das ist nur ein Botch. Ich weiß nicht. Vielleicht ist er ja noch hier. Auf dem Berg drauf. Ich höre Stapps jedenfalls. Ich bin tot, ich bin tot. Du bist tot? Ja. Wo war der ungefähr? Na, an dem Lkw hinten, an dem Turm steht doch da vor so ein Lkw. Just hinter zu dieser, wo du mit der Seilbahn rausfahren kannst. Und da war dann schon wieder so ein nächster hirnloser Prelude auf mich. Ich habe ihn aber. Ja. Ich habe ihn aber. Ja. Ja. Heute fand ich euch irgendwie langsam mit der Lust an der Zockerei. Ah, jetzt liegt der da so kacke. Treff doch nur. Leg ihn um. Alter. Diese Pistole, Alter. Du könntest diese Entwickler in die Schnauze hauen. Ja, die Pistole kannst du sowieso aufhören. So was Beklopptes. Wie kann man so eine Scheiße oder so erfinden hier? Du kriegst ja gar nichts tot. Du brauchst gar nicht zurückkommen mit diesem Dreckding. Die SKS schon wieder sehe. Damit kriege ich den natürlich. Der muss dran glauben, der hat mir wieder mein Loot geklaut. Hörst du mir überhaupt zu? Wo steckst du denn du? Ach, da unten. Hast du ihn umgelegt eigentlich? Ja klar, schon langs. Ach so. Ja. Ich versuche hier nur gerade an etwas ranzukommen, was ich mir noch ergattern will. Ach so ist das. Aber ich komme da jetzt. Wo ist denn jetzt schon wieder mein verfickter Dreckslu? Hä? Jetzt hat er das Falsche genommen. Hier. Ich glaube wir haben jetzt alle später hier Menschenspieler von der Map hier gefliegt. Ja, ich nicht. Ich hab neun Kills. Ich war Crash-Test-Tummy. Ich habe ja alleine meine Tumme Fresse hingehalten. Ja, aber ich hab neun Kills und du auch neun Kills. Und ich hab gewiss nur ein, zwei Bots gekillt. Boah, weißt du das? Wie viele du gekillt hast? Wie viele ich insgesamt gekillt habe? Das liegt nur oben. Wie war dein Geldwert? Links neben der Zeit. Ach so. Ich hab neun erschossen. Ah, okay. Aber halt wie viele Spieler oder Bots du gekillt hast, das siehst du leider nicht daran. Ne. Das Spiel habe ich glaube ich ein Erschossen. Das hätte ein Headshot sein müssen. Zu allem anderen war ich zu dumm. Ach. Es gibt immer beschissene Tage, wo es einfach nicht läuft. Ach, heute... So beschissene Tage wie heute gab's... ...schon ewig nicht mehr. Ich brauch Essen. Die Flüsse sind mir scheißegal. Ey. Der Bogen ging doch raus. Und dann schmeißt er sie oben gegen die Wand. Also heute... Ne. Ich muss ins Bett. Sonst... Bring ich... heute noch irgendwas um mir. Was sagst du? Ist da unten noch Essen? Ich... Ich muss gucken. Hier ist aber so ein... Automat. Oh, wunderschön. Hier liegt Medizin aus Wasser. Hätte ich vor ne Stunde... Was ist rot? Ja, bei mir auch. Hä? Wieso ist das hier rot? Ist hier einer unsichtbar oder was? Hä, das habe ich nicht kapiert. Und da habe ich nämlich die M41 rausgeholt. Mhm. Und der andere hat die K58. Aber hat Magazin und Visier hat alles wieder gewastet. Alter. Ey, 46.900 XP für so'n scheiß Raid? Na klar. Ja. Einen Spieler erschossen? Willst du mich verarschen? Weil langes Überleben... Und das ganze Scheiß... Das wird alles... Überleben, ich lag doch nur im Dreck. Bis zum nächsten Mal. Und das ist derart.